Let's go, hallo Leute! Ähm, die nächste Mission ist angesagt, tödliche Evakuierung mit Affelgo. Fangen Sie die Feindlichen auf dem Streit, ne? Um das Ziel zu einfinden und auszuschalten. Ey, guck mal wer da vorne steht. Ja. Das ist der, das ist der Nikolaus in schwarz. Nein, 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 das ist, äh, wie heißt der nochmal, fuck. Wie heißt der? Wie heißt der nochmal? Scheiße, Mann, wie heißt der? Ja, ähm... Äh... Äh... Ist wieder ein Leichtgebräun? Scheiße, ja, ein, ein, nein, nein! Fuck! Äh, nein, das ist leider ein Müller! Scheiße! Ähm, äh, mir fällt sicher später noch ein. Nicht. Erst, erst, erst. Oh. MP5, nein, 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 Strike, ha, fick dich. Oh, hier liegt ja auch noch was. Oh, K47... Na, ich werde bei dem Waffen fertig. MP5. Okay, ich spiele erstmal mit RSAs. Er ist noch nicht auf dich aufmerksam machen, okay? Okay. Okay. Ich hab erstmal das Geschwister aufzustört. Quickscope! 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 Ah, der ist schwarz. Äh, warte, warte, schwarz. Oh, Granate. Wollen wir vielleicht auch mal Multipliert zu zweit aufgeben? Ja, könnten wir dann auch machen, wach? Ich würd eigentlich jetzt bald sagen, weil... Das Backup wird schon irgendwann langweilig und ich hätt schon Bock mit dir irgendwie mal... Ja, auf jeden Fall können wir das machen, aber halt dann Herrschaft oder so. Alles oder nix, ja, okay, Herrschaft. Alles oder nix. Das ist falsch aufgesprochen. Loll. 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 Boah, das sind für viele Leichtgebräunte. Loll. Alter, die sind alle Leichtgebräunte! Woah, fuck. Woah, fuck. Ich bin... Boah, da ist ein Leichtgebräunter Hund. Haha. Oh. Ich... Ich... Ich nutze dein Körper als Deckung. Ja, okay. Ich werfe da mal die Granaterin zu den... ...maximal pigmentierten. Nice, 200 Kills. Äh, 200 Kills. Ja, 200 Kills. Maximal pigmentierten. Alter, mich haben jetzt schon vier von diesen Viechern angegriffen. Ach, hier sind Daten. Ja, hol mal die Daten, du Affe! Oh, kenn sie um. Hey, sind hier auf deiner Seite. Ich bin schwarz, du bist schwarz. Ja, du kannst schneller rennen als ich. Ich bin schwarz. Kenn sie um. Lol, 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 lol. Also, du bist... Ich hab mal ne Frage, du bist nicht ein echt, oder? Doch, doch. Ich bin schwarz. Nein, wirst du nicht. Ich bin schwarz. Nicht einen Unterschlupf in der Nähe. Ich beleidige mich gerne selber. Warm in dein Gesicht, warm. Triple kill, ja. FAD, lol. Ich nehme FAD. Oh, oh. Fisches, Fisches, Fisches. Ah! Boah, das war klar. Wow. Ich hab die Fahrt noch. Ey, die hat so'n... Alter! Boah! Oh! Komm mal auf! Ich werd von der Kanal getötet, was ist denn sonst? Oh mein Gott, geschützt, geschützt, geschützt! Ah! Oh mein Gott, rechts! Ein schwarzer Hund! Alter! Oh, das ist ein Vater. Oh mein... Ah, da oben. Alles inut, das ist ein Sozial-Off. Halt... All das hat, das probiere. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.